Hey Leute und willkommen zum neuen BassTV Video. Oh, ich bin so aufgeregt. Heute tanze ich mit Yannick zum allerletzten Mal an der Berlin School of Arts. Schaut euch unseren Tanz an. Ich hoffe, er gefällt euch. Untertitelung des ZDF, 2020 Und wie hat euch der Tanz gefallen? Ich fand es einfach nur magisch. Es war so eine tolle Zeit und Yannick ist der beste Tanzpartner der Welt. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ich freue mich auf dich, dich, dich und vielleicht auch dich. Tschüss! 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 Tschüss!